Ja, aber da steht You look, you're dead Don't look Du musst solchen sonst machen, Alter Ich komm hier doch nicht mehr weg Vielleicht liegt Oder keine nicht nutzen Bist du verrückt? Ja, sag ich doch Ich weiß nicht, dass das Ding sieht Wie gesagt, vielleicht musst du an Tape schauen, dass es blockiert ist oder so In dem einen Tape ist doch irgendwas kaputt gelacht Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung Ich geh jetzt voll dies hauen Hm Aber ich brauch 5000 Monster Also glaub ich die 2000 glaub ich in Daily oder so Also ich komm anscheinend an dem Scheiß-Füßig vorbei Wo noch praktischer ist, hier ist Bargo Ich muss sowieso zu ihm Follow the past Aber welchem? Hm, also ich komm netter mal nah ran Um irgendwas zu machen Raus komm ich hier auch nicht mehr Light awakes him Aber wie Fahrzeug, Taschenlampe Nee, du hast kein Fahrzeug Ich hab gar nichts Also deine Taschenlampe geht auch nicht, wa? Nee Hab keine mehr Hab sie an die Kamera angeschraubt Achso Weiter ja Ich hab keine Ahnung Das Problem ist, das scheiß Viech atmet so fucking laut. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Wie willst du an dem scheiß Ding vorbeikommen? Ich hätte hier gar nicht reingehen sollen anscheinend. Warte mal, ich lad noch mal neu. Oder vielleicht auch. Ich weiß es nicht, aber es fuckt mich gerade ab. Ich lad jetzt einfach mal neu. Ich bin sowieso in der letzten Chapter. Also, geht eigentlich. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Also, okay, beim ersten Mal ist das echt erschreckend. Aber wenn du das 50 Mal machst, dann, ähm, nachzweig dann. Was hab ich denn jetzt hier gespeichert gehabt? Ach, scheiße. Echt jetzt? Da kam gerade ein Ball runter. Das mag ja alles sein. Ja, steck das Ding ein. Komm. Jetzt, wo ich gerade den Guide gelesen hab, man kommt gar nicht an dem Viech irgendwie vorbei oder so. Also, halt. Wurde nichts davon erwähnt. Von dem Kackscheißding. Mach auf die Hütte. Der ist ein. Ja, das Licht macht die aggressiv. Das mag ja sein. Das war ja der Erste. Aber wie soll ich an dem Anderen vorbeikommen, wenn ich es sehe? Und wenn du zu nah dran bist, dann, äh, ja, bringt es dir... Ja, okay. Hast du in dem Tape nochmal geschaut? Ähm, was ich dir da gesagt hab. Wie, was meinst du auch? Wegen dem, ob da vielleicht irgendwas ist, das, äh, das man auslösen kann dabei. Nee, da stand jetzt gerade einfach nur, ja, äh, es macht einfach, äh, das Licht macht sie aggressiv. Aber mehr nicht. Ja, der stand ja auch, äh, auf der Wand, aber ich mein, äh, dass... Ob da nicht vielleicht irgendwo eine Sequenz ist in dem Video, wo es vielleicht das Vieh blockiert oder tötet oder was auch immer. Naja, keine Ahnung. Schau uns das Tape nochmal. Wenn man in dem Raum ist mit den hängenden Schüren, das weiß ich ja alles. Das steht da an dem Guide alles mit drin, aber... Peter. What the? Ah! Ja, das ist alles nicht so creepy, auch wenn ich jetzt Kart Gänsehaut, nicht, aber scheiß drauf. Was ist das jetzt? Ich soll sie festen, oder? Ich will sie aber nicht festen, dann macht nur die Faust, dreckig. Ach. Ja, ich weiß, dass sie mich liebt, so Hella, aber was will ich denn machen? Ich weiß nicht, dass ich es nicht kann Okay, gut Haben wir das auch geklärt? Komm her, Junge So, how many years has it been? Four I like the quiet Oh, you're in a charming mood today Ah, the light Does anyone hear me? Na gut, dass es hier, äh, Truppen gibt Turn on the lights Das ist gut, ich erinnere mich mit meiner Daily und mit meiner 5000-Mob-Quest Hä? Hä? Jetzt ist das Auto wieder verwittert Llll Lll Lll Okay, ich bin schon wieder in dem Raum Dann pick mir You're a good man, Alice Ja, und wie soll ich jetzt an dem Typen vorbeikommen? Ich bin schon wieder in dem Raum Ich bin schon wieder in dem Raum Die Licht erwachen im Raum Shit, there is no other way. Hä? I was neat past it. Was heißt das? Keine Ahnung. Ich habe es auf Deutsch gespielt. Ich habe es auf Deutsch gespielt. Ich habe es auf Deutsch gespielt. Keine Ahnung, ich komme an ihn. Vorbei. Ich habe es auf Deutsch gespielt. Ach Gott, jetzt hab ich's gecheckt. Ich muss es einem vorbeikriechen und ihn nicht anschauen, oder was? Ich hatte mir doch schon gedacht, dass da irgendwo ein Durchgang ist. Nein, ich sehe keine Linien. Ah, hier. Ich bin am Arsch. Ja, du darfst sie auf jeden Fall nicht anschauen, die Penner. Jetzt musst du die ganze Zeit mal auf den Boden gucken. Ja, du musst dieser Linie folgen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ah, da ist einer. Der Linie zu folgen. Ich check's nicht. Ich check einfach nicht, wo ich hin muss. Ja, aber ich komm da nicht rein. Das heißt, ich muss an dem Ding direkt vorbei. Vielleicht war das das Ding aus dem Video, was umgefallen ist. Was, was du dir doch spulen musst. Glauben wir nicht. Aber wir können's mal probieren. Aber besser als dem Viech gleich erstmal an dem Viech vorbeizulaufen. Ich könnte auch einfach mal speichern. Das sowieso. Nee, da komm ich erst noch hin. Ach, ich lauf dem jetzt in die Fresse. Das gibt's auch nicht. Okay. Du Bastard. Okay, ich hab jetzt aber nichts gesehen. Ich glaub, ich muss nochmal kurz... Aber wo bin ich denn? Ja, das heißt, da muss ich schon mal nicht rein. Aber ich muss irgendwie da rein. Oh doch. Vielleicht. Naja. Ich hab's gecheckt. Okay. Ich bin weg, ciao. Oh. 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 Du bist einfach nur zu Clyde nochmal ausgelöst. Oh. Oh. Dr 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 oval dr 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 West Oh, dieses letzte Chapter, Alter, ist ja mal richtig madig. Da rennt was. Wenn das rannte da grad was. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Klemm mich einer auf. Ich check's halt echt nicht. Wie soll ich Angst haben, wenn ich eh nicht seh? Also, check ich nicht. Das war's. Das war's. Alice, answer me. Ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Ich bin mir leid. Du bist so wertvoll. Das ist der Fall. Das ist das? Es ist das du? Äh, ich finde das ein bisschen... Dankeschön. Das klingt ja schonmal nicht schlecht. Warum hat sich der Raum so verändert? Ich finde das nicht. Hallo? Oh, hier kommt unser ganzes Lass. Hey, ist es wahr, dass du in dein Pertig-Face bist? Hey, shh! Er kommt. Ich bin nicht ihn wieder. Ich bin nicht erinnert. 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 Okay, ich habe so die Befürchtung, hier kommt was ganz Widerliches bei raus. Ich bin nicht erinnert. Ich stehe. Falscher Weg. Falscher Weg. Boah, hab ich mich erschreckt Alter So viel Gänsehaut Ashley Warum schickt mich diese Scheiße immer nach unten in den Keller? Keine Ahnung Ich auch, witz Ich kann mich nicht mehr nach unten in den Keller Das ist es. Gut. Ja 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 Cool meine Lengli hab ich gleich fertig Und ich muss ja nicht mal dafür selber bremten die ganze Zeit Falsch Hm Ah ich hab befeuchtet das ist erst nicht mein das nur für mich zählen wird aber Mhm Vomso besser Ah ja, ich bin wieder in der See, Mühe. Ah, siehste, hier ist das mit dem Stühlen, ja. Achso, ähm, ja, da muss ich wahrscheinlich, genau. Ja, und das hat mir jetzt was gebracht. Ah ja. Er ist hier, dein Schädel. Aber wenn du das sagst, be aware. Ja. 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 Shit. Ja. 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 Okl. Untertitelung des ZDF, 2020